Hallo meine Lieben, heute ist Samstag, der 2. Februar 2019 und ich werde, ich habe ja nun die Hand jetzt die Woche gemacht, heute werde ich diese Hand machen, ich werde euch ein Stückchen mitnehmen, aber nicht komplett, sondern mal gucken, ob hier das gleiche Design kommt wie hier, ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen, also seid gespannt und viel Spaß beim Video. So, jetzt nehme ich euch nochmal mit, ich habe jetzt den Daumen gemacht, den Zeigefinger, den Mittelfinger und beim letzten Finger nehme ich euch mit, wie ich den Aufbau mache. Hier, den mache ich jetzt, geprimed und hier, der Dings da, habe ich alles schon drauf, also ich mache mir immer erst, zuerst, eine dünne Schicht drauf. Ich weiß, ich habe den falschen Pinsel, das ist ein Acrylpinsel, aber ich kann mit dem wunderbar arbeiten. Wirklich wunderbar. Und weil ich ja schon meine Natur, ist ja nun nur noch eine Naturnagelverstärkung, umrande ich das natürlich, geht bis auf. Ja, dann gucke ich hier nochmal, ob nichts in den Rellen ist, nö, ist nichts drin und dann gehe ich ganz kurz anhärten. So, jetzt nehme ich mir, jetzt mache ich den Aufbau schon, weil ich habe ja noch genug Gel drauf. Ich brauche ja nur den Aufbau, also eigentlich nur auffüllen, aber ich modelliere hier den Aufbau ein bisschen neu. Okay, dann legen wir den Aufbau hier oben auf. So, und dann, könnt ihr sehen ja, ne, dann gehe ich mit dem Pinsel, nur ein bisschen bis ans Nagelbett, ganz leicht. Ich glaube, ich habe zu viel genommen, aber egal. Und dann ziehe ich nur mit dem Pinsel nach vorne. Und dann ziehe ich mir die Seiten an und ziehe das nur so nach vorne mit der Pinselspitze. Und dann mantel das nochmal. Gucken wir das von vorne an, von hinten. Und, ja, und das ist es schon. Und mehr mache ich da auch gar nicht und jetzt gehe ich in die Lampe rein. So, jetzt habe ich diese Hand fertig. Also, aufgefüllt. Und jetzt muss ich sie noch pfeilen und Design drauf machen. Jetzt pfeile ich sie erst mal, wenn ich das Design drauf mache, dann hole ich euch wieder dazu. Jo. So, jetzt bin ich fertig mit Pfeilen. So. Und jetzt werde ich das Design machen. Ich muss mal gucken, ob ich es so mache wie hier oder neu. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen. Aber jetzt esse ich erst mal was. Also, ich habe jetzt gebraucht für die eine Hand mit, ähm, Altmaterial runterholen, auffüllen, pfeilen. Noch nicht mal eine Stunde. Also, nee. Nee. Dreiviertelstunde oder so. Ja. Und jetzt kommt gleich das Design. Also, ich habe mich entschieden, auf jeden Fall die Nägel erst mal weiß zu machen. Und dann nehme ich das von Fingerspitzengefühl. Warte mal, ich muss hier erst mal die Kameraeinstellung sehen. Das ist Premium Weiß. Extrem White Premium. Und ich nehme ein Vollcover-Pinsel. Und. Mach mir erst mal hier. Eine dünne Schicht. Aber guck mal, die deckt. Also, das deckt ja. Wunderbar. Aber das muss ich mir hier oben gleich raus machen. Ähm. Ja, ich mache jetzt erst mal überall eine Schicht drauf. Zum Aushärten. Aber erst mal mache ich das hier noch mal ein bisschen. Ja. Du sollst doch nicht damit rumschmieren, Elle. Jetzt gehe ich erst mal in die Lampe. Jetzt habe ich mir ein Overlay drauf gemacht. So, und der wird jetzt auch matt versiegelt. Der wird matt versiegelt. Die anderen kriegen ein... A Water Color. Flower Water Color drauf. Ich habe hier ein Tuch. Dann gehe ich einmal so rein. Tüpf so ein bisschen ab. Und dann mache ich mir hier. Mal gucken. drin. nur eine blume rauf ja im blau dann gehe ich hier noch mal in die mitte jetzt wieder noch mal ein punkt rein genau nur im blau hat er noch mehr farben dann kommt jetzt eine die mache ich hier auf ich überlege gerade ob ich alle matt versiegel also die ganze hand matt versiegel man kommt noch mal hierher oder ähm abstrakte kunst sagt man dazu blau sieht schön aus na ist schön aus blau ich werde auch dabei belassen blau und lila den kleinen mache ich jetzt mal lila und den den daumen mache ich dann ich hier auch noch vom vom netz mache ich nicht auf dem overlay noch verdruck machen nena dann mache ich jetzt auf dem daumen noch eine große blüte auf den daumen hier oben an arbeiten wir uns hier mal so vor ach ja ich glaube ich werde die doch alle die ganze hand matt versiegeln könnt ihr noch nee da mache ich nichts ich könnte ja noch das sieht schon schön aus ich gehe noch mal in dem an hier gehe ich auch noch mal auf ja jetzt gehe ich noch mal in den lila rein und dann versiegelt sie mir matt weil die ist glänzend und die ist matt mit dem overlay wo ist es hier sieht schön aus lila nochmal lila ja 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 doch so lasse ich so lasse ich es jetzt und werde die mag glänzen nur den den mit dem overlay mit mat dann nämlich jetzt auch hier den von fingerspitzen gefühl aber ich gehe noch mal mal gucken ob der verläuft jetzt der versiegler da oben drauf auf diese farben nee das finde ich immer gut das finde ich schon mal gut dass er nicht verläuft also dass die farbe nicht verläuft naja das meine ich damit okay mach ich die erstmal in die lampe so jetzt sind meine nägel fertig okay nicht so kreativ wie sie da aber ich finde es trotzdem schön euch hole ich noch mal ein bisschen näher ran so ist mein overlay den habe ich matt versiegelt die anderen glänzend und so mir gefällt weil es ist untergrund und ob die hier nun rot oder darum blau und lila sind mir gefällt es auch mit dem overlay gefällt es mir jetzt kommt noch ein bisschen nagelöl rauf und dann sind wir fertig linda solltest du zugucken siehst du guck mal siehst du jetzt kriegt jeder noch ein bisschen nagelöl jeder nagel noch nagelöl so so den anderen beruhigen ich habe ich erst gemacht und jetzt reibt es ein hier ein und dann sind wir fertig was sagt ihr mir gefällt es gut mir gefällt es sehr gut ja okay wenn ich das video gefallen hat lasst mir gerne daumen nach oben da wenn nicht dann nicht tschüss also ich kann nur sagen dass die produkte von fingerspitzengefühl der burner sind das weiß es so deckend das deckt nach dem ersten schicht schon und die farm sind toll die versiegler sind toll also ich habe es nicht bereut dort eingekauft zu haben bis dann 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 bis dann